Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 237. Mal bei Hoaxhiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmistress Alexa. Hallihallo, moin und Tag ihr da draußen. Ich bin sehr froh euch begrüßen zu können und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wir werden das erste Mal jetzt etwas haben in fast zehn Jahren Hoaxhiller Geschichte, was wir bisher noch nicht gehabt haben. Nämlich, dass zwei Folgen an einem Tag erscheinen werden. Ich kündige das schon mal an. Das hat was damit zu tun, dass im September unglaublich viel los war. Wir waren unfassbar viel unterwegs. Wir sagen das ja immer wieder, aber es war tatsächlich so. Und dann ist noch eine ganze Woche Krankheit dazu gekommen. Ein Magen- und Darminfekt mit so hohem Fieber, wie ich es schon lange nicht mehr hatte. Wunderbar. Und das hat uns jetzt irgendwie dazu gebracht, dass wir zwei Folgen an einem Tag rausbringen, weil wir, wenn ihr das jetzt runterladet, schon im Urlaub sind. Genau. Weil wir machen jetzt auch mal Urlaub und dann machen wir auch Urlaub. Also vom Krankenbett direkt in den Urlaub. Mehr oder weniger. Genau. Deswegen zwei Folgen an einem Tag. Das Experiment habt ihr jetzt vor euch. Teilt es euch ein, wie ihr das hören möchtet und wann ihr es hören möchtet. Und dann hören wir uns irgendwie wahrscheinlich etwas regulärer dann wieder im Oktober. Na, verschrei es nicht. Aber man weiß ja nie, was kommt. Genau. Ja, und auch nochmal vielen Dank an all diejenigen, die uns unterstützen. Das sei nochmal gesagt, super gut für die tolle Unterstützung. Überweisung, die jeden Monat mehr wird. Gerade auch, was die Überweisung aufs Geschäftskonto angeht. Das ist super, super gut und hilft, damit wir weiterhin gute Sendungen abliefern können. Und das auch gerne tun. Übrigens auch vielen, vielen Dank an eure tollen Themenvorschläge, die immer noch in rauen Mengen reinkommen. Und ja, die Bundeslade wird nicht leer. Die wird immer voller. Das ist so. Und das bedeutet auch, dass wir noch in den nächsten Monaten neue Episoden haben werden. Aber lass uns doch einfach mal in die Sendung einsteigen. Und ich habe die Vermutung, dass du für uns gleich wieder mal eine Geschichte erzählen könntest. Du kannst ja prophezeien, kannst du ja. Die Huxilla-Story ist diesmal eine tierische Story. Und zwar dreht sich das Ganze um eine Dogge. Und zwar eine Dogge mit einem Problem, die zum Tierarzt gebracht wird, weil sie ständig herumwürgt und keinen richtig gesunden Eindruck macht. Und man so die Vermutung hat, beziehungsweise die Besitzerin so die Vermutung hat, die Dogge würge, weil sie etwas im Halse stecken habe. Der Tierarzt greift dann beherzt dem Tier in den Hals und fördert zum Horror, zum Erstaunen und Erschrecken, sowohl seinerseits als auch der Besitzerin, einen menschlichen Finger zutage, den die Dogge wohl verschluckt hat. Hat man ja auch nicht so alle Tage. Ist ja irgendwie auch keine gewöhnliche Situation. Dementsprechend auch die Reaktion des Tierarztes. Dann wird natürlich nachgeforscht, wie das denn passiert sein könnte. Also die Besitzerin hat noch alle Finger, der ist nichts passiert. Und sie sagt, dass sie den Hund, als sie nach Hause kam, nach Abwesenheit in dem Zustand vorgefunden hätte und dann sofort zum Tierarzt gefahren sei. Tierarzt und Hundebesitzerin machen sich dann gemeinsam sozusagen auf Spurensuche in der Behausung und finden auf dem Teppichboden tatsächlich Blutspuren. Der Tierarzt ruft dann den Arzt dieses kleinen Örtchens, wo sich die Geschichte abspielt an seinen Kollegen sozusagen für die Menschen. Und der bestätigt, dieser Arzt, dass er tatsächlich gerade einen Patienten gehabt habe, der seinen Finger verloren hat. Also kommt man da mit detektivischem Spürsinn sozusagen schon weiter. Und angeblich habe dieser Patient eine Begegnung mit einem Hund auf der Straße gehabt und der Hund habe den Finger abgebissen. Später allerdings stellt sich raus, dass die Geschichte noch ein bisschen anders gewesen ist. Da wird natürlich eine weitere Untersuchung eingeleitet, weil die Besitzerin sagt, mein Hund war nicht weg, der war zu Hause. Und es stellt sich heraus und der Patient mit dem verlorenen Finger gesteht dann hinterher auch, dass er tatsächlich eingebrochen ist in dieses Haus und dann eben von der Dogge überrascht wurde. Und die Dogge hat dann sozusagen dem Einbrecher den Finger abgebissen. Was für eine grausige Geschichte. Und wenn ich mir gerade so den Kater anschaue, der sich neben dir fläts, der ist auch ganz entsetzt. Ja, der beißt aber keine Finger ab. Von dieser Hundegeschichte. Nee, der knabbert nur gerade an seinem Flötchen rum, weil er sich hier gerade putzt. Okay. Aber das hat dich gerade sehr irritiert angeschaut, wenn du dir die Geschichte erzählt hast. Damit ihr das da draußen auch mal hört. Dieses Entsetzen im Hause Huxeler. Klären wir dann am Ende der Sendung auf. Thema der Woche. Ihr habt den Titel der Episode ja schon gelesen, Flug durch die Zeit, der Titel. Und hier haben wir eine Geschichte gefunden, die sowohl das Bermuda-Dreieck als auch viele Zeitreisephänomene, eventuell sogar Alienphänomene in sich vereint. Also all das, über das wir ja schon seit vielen, vielen Jahren reden und hier wieder in einer neuen, sehr, sehr interessanten Geschichte. Und auch ziemlich aktuell, denn das Ganze ist nochmal hochgekocht mit einem YouTube-Video, das im Juni 2019, also jetzt mal gerade vor ziemlich genau drei Monaten veröffentlicht worden ist. Das Video hat inzwischen weit über elf Millionen Aufrufe und ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare, fast 32.000 Kommentare zum Zeitpunkt, wo ich hier reinschaue und wird also wild, wild, wild diskutiert. Und worum geht es? Es geht um ein Flugzeug, eine McDonald's Douglas 4. Ich hoffe, ich habe jetzt diesen Flugzeugnamen richtig. DC Douglas 4, genau. DC Douglas 4. Oder DC 4 Douglas, um Himmels Willen. Wir kriegen das noch hin. Jetzt geht das schon wieder los, genau. Also ein amerikanisches Verkehrsflugzeug, das im Jahr 1955 mit 57 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern routinemäßig Flug angetreten hat. In New York losfliegt, auf dem Weg nach Miami sich befindet und dann wird das Ganze mysteriös, weil nämlich dieser Flug auf einmal vom Radar verschwindet. Das ist ja leider immer, wie wir auch aus der jüngeren Flugverkehrsgeschichte wissen, immer ein grausiges Zeichen und meistens ein Anzeichen dafür, dass es ein Unglück gegeben hat und die Maschine abgestürzt ist. Und natürlich hat man damals genau das auch als allererstes vermutet. Und als dann der Flug auch gar nicht mehr auftauchte und verschwunden blieb, hat man die üblichen Maßnahmen eingeleitet, die man in so einem Fall einleitet. Das heißt, es wurde anhand der Flugroute geguckt, wo muss man nach Wrackteilen unter Umständen suchen, nach Überlebenden suchen. Und das hat man dann auch getan. Leider fanden sich weder irgendwelche Überreste, noch Anzeichen, noch sonst irgendwelche Hinweise darauf, was mit dieser Maschine passiert sein könnte. Du hast schon gesagt, dass es ein PEN-M-Flug gewesen ist. Ansonsten sage ich es nochmal, es war der PEN-M-Flug 914. Das war die Flugnummer, nach der er gefahndet dann wurde. Und ja, tatsächlich ist diese Maschine nicht mehr aufgetaucht. Und wir sind ja auch angeschrieben worden, nach der mal einer Episode zu dem malaysischen Flugzeug zu machen, was verschwunden ist. Aber es ist natürlich extrem schwierig, wenn tatsächlich ein Flugzeug, das dann irgendwann über dem offenen Ozean auffliegt, wie es ja hier gewesen ist, in der Route von New York nach Miami, wenn es verschwindet, dann verschwindet es. Und wenn man dann auch den Flugschreiber nicht mehr finden kann und sonst keine Informationen mehr hat, dann ist einfach Spekulation möglich. Und alle Optionen theoretisch stehen im Raum, von der Entführung durch Außerirdische bis hin zum Verschwinden im Bermuda-Dreieck ist theoretisch ja alles möglich. Da kommt dann Occam's Rasiermesser wieder ins Spiel. Man sollte die Option nehmen, die am wenigsten zusätzliche Annahmen voraussetzen muss. Und dann ist es meist dann doch irgendwie ein Unglück, dass so eine Maschine abgestürzt ist. Jetzt vielleicht, bevor wir weitermachen, damit ich dann jetzt auch dieses McDonalds alles mal rauskriege, wieder die Firma, die das Flugzeug hergestellt hat, ist die Douglas Aircraft Company. So, und das Flugzeug, die C4, ist zum ersten Mal am 14. Februar 1942 geflogen. Das Flugzeug wurde insgesamt bis 1947 gebaut, also Modelle dieser Maschine. So, die Maschine ist also verschwunden. Man könnte jetzt sagen, wir haben eine kurze Episode, aber Flug durch die Zeit. Es hat mit dem Flug 914 der Pan American Airlines etwas Besonderes auf sich. Ja, wir machen jetzt einen Zeit- und einen Raumsprung, wenn man so möchte, nämlich 37 Jahre in die Zukunft. Das ist der 9. September 1992 und der Ort ist Caracas, die Hauptstadt von Venezuela. Und da befindet sich ein Flugverkehrskontrolleur im Tower, ein gewisser Juan de la Corte. Und der macht irgendwie ganz normal seinen Job und plötzlich erscheint wie aus dem Nichts ein Flugzeug, was er irgendwie so gar nicht einordnen kann. Und da beginnt die Geschichte nämlich wirklich richtig merkwürdig zu werden. Es gibt dann natürlich einen Funkkontakt zwischen dem Flugzeug und dem Tower. Und merkwürdigerweise fragt dann der Pilot, wo sind wir? Und sagt dann etwas, was dem Juan de la Corte im Tower total merkwürdig vorkommt. Nämlich, wir sind Pan Am Flug 914 von New York nach Miami mit einer Crew von vier Leuten und 57 Passagieren. Und ja, befinden sich scheinbar erstmal sehr weit entfernt von ihrem ursprünglichen Kurs. Das ist schon mal ziemlich merkwürdig. Und das Ganze wirft natürlich dann gewisse Fragen auf. Nämlich, ja, ob es irgendwie ein Problem mit dem Flug gegeben hat, ob sie irgendwie einen Unfall hatten oder sonst da irgendwas seltsam war. Und ob sie irgendwie Kontakt auch aufnehmen konnten zu anderen, ja, Tauern irgendwie. Auf jeden Fall ist das alles fruchtlos. Naja, Herr Korte versucht dann also erstmal, Herr Korte, Herr de la Corte, lotst die Maschine erstmal zur Landung hin. Weil er denkt sich, nützt ja nichts. Hier ist eine Maschine im Landeanflug, die offensichtlich verwirrte Piloten an Bord hat. Und je näher die Maschine dann auch dem Tower kommt, desto mehr ist er überrascht, als er natürlich feststellt, dass es sich hier um ein uraltes Flugzeug, in Anführungsstrichen, handelt. Ich habe ja schon gesagt, das Flugzeug wurde 1947 aufgehört zu produzieren. Und so wie er es dann durch sein Ferngas sah, sah die Maschine auch, ja, sagen wir mal, mitgenommen aus. Also wirklich massiv gealtert, gerostet, das ist so das, was man so findet. Und die Maschine landet dann letztendlich und es entsteht dann ein weiterer Funkkontakt zwischen de la Corte und der Maschine. Und da geht es dann darum, wo wollten sie eigentlich hin und wo sind sie jetzt gelandet, ne? Genau, also sie sind gelandet, also die Landung hat funktioniert und jetzt kommt nämlich eine Information aus dem Flugzeug, die wirklich mehr als bizarr ist. Es sagt nämlich der Pilot, wir sollten planmäßig in Miami landen um 9.55 Uhr vormittags am 2. Juli 1955. Das wird sicherlich einen gewissen Schock ausgelöst haben, davon kann man mal ausgehen. Trotzdem sagt dann Juan de la Corte, dass sie tatsächlich in Caracas gelandet sind gerade und zwar am 21. Mai 1992, was dann wiederum den Piloten ziemlich aus dem Gleichgewicht gebracht haben dürfte. Also man merkt schon, diese Geschichte ist irgendwie mehr als strange und fällt eigentlich genau in das hinein, was wir hier normalerweise bei Hoxler behandeln. Und ja, man kann nur gespannt sein, wie es weitergeht. Genau, also der Pilot gerät in Panik, man hört also, wie der schwer anfängt zu atmen und parallel dazu sind natürlich die Sicherheitskräfte auf dem Weg zur Maschine, um also die gelandete Maschine in Empfang zu nehmen. Und der Pilot fängt also, wie gesagt, an zu keuchen und offensichtlich legt er dann wieder die Hebel um, sodass die Motoren wieder anfangen zu röhren. Und er ruft dann ins Mikrofon rein, bleibt weg, bleibt weg. Juan de la Corte verständigt den Sicherheitsdienst am Flughafen, weil er jetzt merkt, dass da irgendwas schief geht und versucht, den Piloten weiter zu beruhigen. Doch der lässt sich nicht abbringen und fährt mit seinem Flugzeug, also Tango ist da der englische Begriff, also fährt wieder los auf eine Startbahn zu und sagt, wir werden hier den Flughafen verlassen. Wir fliegen wieder und allen versuchen, auf ihn einzureden. Zum Trotz startet die Maschine dann am letzten Endes wieder los und haut ab von diesem Flughafen. Ja, das ist schon mal merkwürdig und dann werden tatsächlich Maschinen hinterher geschickt, um tatsächlich irgendwie zu gucken, was denn passiert mit diesem Flugzeug, um die wieder zurück zu beordern oder wie auch immer, weil man natürlich irgendwie diesem Geheimnis auf die Spur kommen möchte. Allerdings verschwindet das Flugzeug dann auf einmal wieder und die Geschichte bleibt eigentlich so seltsam, wie sie angefangen hat. Genau, also das Militär in Karakas ist dann gestartet, um die Maschine abzufangen, ist verständigt worden vom Tower, aber ebenso schnell, wie die Maschine aufgetaucht ist aus dem Nichts quasi, ist die Maschine dann auch wieder im Nichts verschwunden und die Militärmaschinen konnten auch nichts mehr finden. Genau, bevor wir vielleicht an dieser Stelle weitermachen, weil es ab hier sozusagen sich der Weg gabelt und es unterschiedliche Versionen der Geschichte gibt, sollten wir vielleicht mal auflösen oder anfangen aufzulösen, womit wir es hier zu tun haben, bevor ihr mal wieder das Gefühl habt. Die bei Huxeler sind jetzt so ein bisschen durchgeknallt und erzählen hier wirklich eine vom Pferd, so als wäre die Geschichte tatsächlich so geschehen. Man kann im Internet inzwischen relativ gut und schnell nachlesen, wo diese Geschichte ihren Ursprung hat und was es damit auf sich hat. Das tut allerdings der Beliebtheit dieser Story gerade so in UFO und Verschwörungsgläubigen Kreisen keinen Abbruch. Warum die Motive, die in dieser Geschichte drinstecken, so beliebt sind, darauf werden wir nachher noch kommen, denke ich, weil das einfach Dinge sind, die Menschen nach wie vor faszinieren. Man kann aber relativ gut sagen, dass eine uns nicht ganz unbekannte Quelle verantwortlich ist dafür, dass wir heute noch diese Geschichte erzählen und zwar die Zeitung, die ja einstmals in Papierform erschien und seit einiger Zeit als Online-Medium weiter existiert, die schönen Weekly World News. Der aufmerksame Huxeler-Hörer wird sie kennen, weil wir wirklich in regelmäßigen Abständen entweder als Thema oder in der Huxeler Story auf diese Quelle zurückkommen und es lohnt sich immer wieder, ich sage es gerne mal, einen Blick in den Disclaimer von den Weekly World News, weil der so herrlich satirisch und überzogen ist, dass man daran seine helle Freude hat. Also wer einmal sich die Mühe macht, da Quellenkritik anzuwenden und zu gucken, was ist denn das für ein Medium, die Weekly World News, der wird relativ schnell fündig und erkennt, dass die es mit der Wahrheit wirklich nicht genau nehmen. Eigentlich sind die Weekly World News wirklich das, was man im klassischen Sinne als Fake News bezeichnen muss. Definitiv ist das so und was allerdings erstaunlich ist, die Geschichte, tatsächlich das YouTube-Video, was ich euch beschrieben habe, mit den jetzt auf die 12 Millionen Klicks zusteuernden Aufrufzahlen, ist insgesamt neun Minuten lang und die letzten zweieinhalb Minuten des Videos ungefähr wird die Geschichte aufgeklärt. Tatsächlich, aber man hat den Eindruck, dass die allermeisten Leute so ein 10 Minuten Video nicht zu Ende schauen, sondern diese Geschichte hier für wahre Münze nehmen und dann die Auflösung, in der auch die Weekly World News erwähnt werden, gar nicht mehr gesehen haben. Hoffentlich hört ihr die Huxilla-Folge zu Ende. Das tun unsere Zuhörer ja in der Regel, weil wir haben ja die besten Zuhörer der Welt, insofern wird das ja bis zum Ende gerezipiert, was wir machen und das Interessante bei dieser Geschichte ist gerade, wir haben ja gerade schon gesagt, 37 Jahre später, also im Jahr 1992, diese Geschichte in Caracas, aber tatsächlich, und das ist auch das, worauf das YouTube-Video eingeht, aber ursprünglich ist die Geschichte aus dem Weekly World News aus dem Jahr 1985. Also es noch eine Zeitlung war, eine physische. Genau, also sodass es sich da noch gar nicht um ein Flugzeug handelte, was nach 37 Jahren plötzlich wieder auftauchte, sondern nach 30 Jahren plötzlich wieder auftauchte. Interessanterweise haben dann die Weekly World News 1992 die Geschichte nochmal veröffentlicht und tatsächlich 1993 die Geschichte nochmal veröffentlicht, hat im Jahr 1992 stattgefunden und hat dann die gleiche Geschichte nochmal im Jahr 1999 gespielt. Und interessanterweise sind da auch die Fotos des Herrn de la Corte, der da in dieser Geschichte nämlich auch auftaucht, unterschiedlich. Also um es nochmal ganz deutlich zu sagen, es handelt sich hier um eine fiktive Geschichte, die die Leute von Weekly World News sich ausgedacht haben. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz sagen, also in manchen Versionen, glaube ich, landet das Flugzeug dann in Miami nochmal. Manchmal werden sogar die Passagiere dann noch ärztlich untersucht und sind total gesund, aber nicht gealtert und kehren dann zu ihren Angehörigen, die natürlich gealtert sind zurück. Komischerweise macht sich darüber, über diese Merkwürdigkeit keiner wirklich Gedanken. Und wenn man natürlich, wie die Seite Snopes es getan hat, dann mal anfängt, so in zeitgenössischen Zeitungsarchiven zu wühlen und zu gucken, ob es denn merkwürdige Vorkommnisse gegeben hat, die das vielleicht bestätigen könnten, dann wird man eben nicht fündig. Es gibt noch ein ganz interessantes Detail, bevor die Maschine aus Caracas wieder verschwindet, fällt manchmal wie durch ein Wunder, man weiß nicht genau, aus der Flugzeugtür ein Kalender heraus aus dem Jahr 1955, der dann sozusagen ein physischer Beweis dafür ist, dass die Geschichte wahr ist. Ja, aber wie gesagt, da gibt es halt unterschiedliche Versionen des Ganzen und auf jeden Fall handelt es sich irgendwie um eine klassische Hoax-Geschichte, um Fake News, die uns aber in irgendeiner Art und Weise faszinieren. Das ging mir nicht anders, als ich einen Hinweis auf dieses Thema, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, gelesen habe, fand ich es auch sofort spannend und habe mir gedacht, irgendwie da müsste man mal eine Sendung drüber machen. Genau, interessant ist eben, dass dieser Zeitungsartikel, den man ja auch zum Teil findet als Screenshot, einfach auch ganz wüste Behauptungen aufstellt. Da stehen dann so Sachen drin, wie der Funkverkehr zwischen Herrn Delacorte und dem Piloten ist aufgezeichnet und liegt den Behörden vor und wird aktuell noch untersucht. Also all das ist in einem Zeitungsartikel zu lesen, den man findet, der aussieht wie ein Zeitungsartikel und natürlich sind das Geschichten, die ja einen vermuten lassen, dass an der ganzen Story etwas dran ist. Und auch interessant vom Narrativ, ähnlich wie das ja Bob Lazar auch gemacht hat in der Geschichte, auf die wir schon eingegangen sind, so der selber sagt, ich will das alles gar nicht und eigentlich möchte ich meine Geschichte gar nicht erzählen, wird hier auch genau der Punkt aufgegriffen, den man haben könnte. Eine der Überschriften, gerade in den späteren Artikeln ist tatsächlich Twilight Zone, also Bezug auf die amerikanische Fernsehserie und der Artikel beginnt quasi mit den Worten, eine Geschichte, wie sie in Twilight Zone hätte stattfinden können. Und das ist natürlich auch ein guter Griff in die Trickkiste, um einer solchen Geschichte wieder Glaubwürdigkeit zu machen, denn in dem Moment, wo die Zeitung sagt, ja wir wissen ja, dass das völlig verrückt klingt, aber wir haben ja folgende Beweise, die den Behörden vorliegen, ist man natürlich als naiver Leser zunächst mal geneigt, diese Geschichte zu glauben. Und der Hinweis auf Twilight Zone ist in anderer Weise eben auch sehr, sehr interessant, weil es nämlich eine Episode gibt, die wir uns auch angeguckt haben, nämlich Episode 54 dieser sehr empfehlenswerten Serie, auch wenn sie schon ein bisschen älter ist, finde ich sie einfach großartig. Und zwar ist das eine Folge aus dem Jahr, ich möchte jetzt nicht lügen, 1961 und in dieser Folge geht es um Flight 33. Genau, die Folge trägt den Titel Die Odyssey des Fluges 33, also Die Odyssey of Flight 33. Genau, und es handelt sich um einen Flug von London nach New York, der auf klassische Art und Weise verloren geht. Wir erleben diese Geschichte hauptsächlich aus Sicht der Crew, vor allen Dingen der Crew, die für den Flug im Cockpit sitzt. Und es ist eigentlich ganz interessant aufgezogen, man erfährt eben vieles sozusagen nur gefiltert durch die Sicht dieser Menschen, die einfach erstmal sich auf einem ganz normalen Flug befinden und plötzlich beschreibt der Pilot, er hätte ein merkwürdiges Gefühl von Geschwindigkeit, was er so gar nicht einordnen kann und was sich auch mit dem, was die Instrumente anzeigen, nicht wirklich vereinbaren lässt. Und dann fängt eben an, dieser Flug sehr, sehr merkwürdig abzulaufen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir die Geschichte spoilern sollen an dieser Stelle, aber. Es ist im Wesentlichen auch eine, also die Geschichte ist ähnelt ein Stück weit der Geschichte von Flug 914. Wir wollen es nicht allzu sehr spoilern. Es ist tatsächlich ganz sehenswert, wenn man des Englischen mächtig ist. Wir werden die Folge auf jeden Fall verlinken, auch unter unserer Episode. Man kann sich das mal anschauen. Interessant dabei, finde ich, weil du schon gesagt hast, aus Sicht der Piloten, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man möglichst wenig Geld in diese Fernsehsendung investieren wollte. Also man sieht hier, wenn man auf die Meta-Ebene geht, auch nochmal, wie man mit sehr kostengünstigen Mitteln, im Prinzip mit fast keinen Kulissen. Ja, einmal mussten sie ein bisschen bildtechnisch in die Trickgiste greifen, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber ansonsten, ja. Ja, und ob das nicht aus irgendeinem anderen Film genommen war, weißt du auch nicht. Stimmt. Also insofern, aber sehr, sehr effizient gemacht und trotzdem sehr, sehr spannend, diese Episode. Und mit einem offenen Ende, so viel können wir, glaube ich, hier schon verraten. Also während ja in vielen Versionen der 914-Fluggeschichte es doch irgendwie eine Art von Ende gibt, ist es hier tatsächlich komplett offen. Und auch das weist wieder auf ein zugrunde liegendes Motiv hin, was wahnsinnig spannend ist und was aus noch viel älterer Zeit und zwar nicht aus dem Flugverkehr, aus der Flugverkehrsgeschichte, sondern aus der Schifffahrtsgeschichte stammt, nämlich die Geschichte vom fliegenden Holländer. Wir haben es hier mit einem Motiv zu tun, mit der Sage vom fliegenden Holländer, die wohl belegt ist bis ins 17. Jahrhundert, schriftliche Quellen gibt es aus dem 18. Jahrhundert und es ist die Geschichte eines Kapitäns, eines niederländischen Kapitäns, der das Kap der guten Hoffnung umsegeln möchte und oft wird dann gesagt, er habe einen Fluch auf sich geladen und sei dazu verdammt, die Weltmeere zu umsegeln und in vielen Versionen dann geht es auch darum, dass er eine treue Frau findet, die ihn liebt, damit er sozusagen wieder den Fluch brechen kann und an Land gehen kann. Und schön finde ich auch die Verbindung zu diesem physischen Beweis mit dem Kalender, dann wieder in der Flug 914 Geschichte, denn beim fliegenden Holländer ist es auch öfter mal so, dass dann durch ein Beiboot irgendwie Briefe überbracht werden können an Land, Briefe an Personen, die schon längst verstorben sind, weil sich ja der fliegende Holländer sozusagen in der Blase seines Fluches befindet und völlig zeitunabhängig irgendwie die Weltmeere besegelt. Also diese Geschichte von einem verfluchten Schiff, von einem Geisterschiff, wenn man so will, steckt natürlich auch hier wieder drin und daran kann man so wunderbar wiederum ablesen, dass Sagen und gerade dann, wenn wir in den Bereich der modernen Sagen kommen, sich die Motive kaum wandeln und unsere Ängste kaum wandeln, aber sozusagen diese Geschichten an die jeweils moderne Zeit angepasst werden können. Also wir haben moderne Sagen, die früher mal mit Pferdefuhrwerken erzählt wurden und heute mit Autos erzählt werden und genauso sind die Segelschiffe der Vergangenheit inzwischen zum Teil Flugzeuge. Und man kann einfach wunderbar erkennen, dass wir gerne solche faszinierenden Geschichten weitererzählen und die Motive uns zeitunabhängig immer wieder ansprechen und emotional involvieren. Ein weiteres schönes Beispiel, was in dieser Geschichte drinsteckt und ich habe es ein paar Mal so ein bisschen provokativ auch genannt, man findet es aber auch genauso auf den UFO-Seiten und anderen Seiten, ist dann die Verbindung zum Bermuda-Dreieck. Das wird dann immer so ganz schnell in den Raum geworfen, vielleicht hat das Bermuda-Dreieck was damit zu tun und wir können da nochmal empfehlen, auch wenn das glaube ich etwas anders alles noch ist, Folge 10, damals aus dem Jahr 2010, da haben wir über das Bermuda-Dreieck ja was gemacht und sind da ja schon zu dem Schluss gekommen, dass das Bermuda-Dreieck interessanterweise sehr flexibel ist und immer wieder auch gerne hin und her geschoben wird, so wie man es gerade benötigt für seine Geschichte. Und das Interessante hierbei ist tatsächlich, dass wenn man von New York nach Miami fliegt, man gar nicht in Kontakt mit dem klassisch definierten Bermuda-Dreieck kommt, sondern nordwestlich vom Bermuda-Dreieck definitiv bleibt. Das beginnt nämlich in Miami und geht dann rüber zur Bermuda-Insel, vom Bermuda runter nach San Juan auf Puerto Rico und dann wieder zurück nach Miami. Das heißt, erst in dem Moment, wo man Caracas, also dann in Südamerika hinzunimmt, wäre die Maschine über das Bermuda-Dreieck geflogen, dann hätte die Maschine aber schon irgendwie einen Umweg fliegen müssen und ob jetzt vielleicht, wenn sie irgendwie von östlicher Seite nach Westen auf Miami zugeflogen ist, sie schon tief drin gewesen ist im Bermuda-Dreieck, sei mal dahingestellt. Aber auch hier merkt man sofort, dass man das vielleicht gar nicht so hinterfragt, weil man natürlich in dem Moment, wo über das Bermuda-Dreieck gesprochen wird und ein Flug von New York nach Miami beschrieben wird, man eventuell, also so geht es mir zumindest, ich ohne dass ich eine Karte offen habe, dann immer nicht ganz sicher bin, ob das denn mit dem Bermuda-Dreieck schon zu tun hat oder nicht. Oder man hört nur Miami und denkt, passt schon. Passt irgendwie dazu, genau. Ist ja irgendwie so im Atlantik da unten, also wird schon irgendwie passen. Auch hier wird natürlich ganz geschickt mit Erwartungen und Geschichten gespielt und die Motive aus alten Sagen, wie du sie jetzt gerade schon geschildert hast, Alexa, plus eben dieser neuen Sage rund um das Bermuda-Dreieck kommt hier noch hinzu. Was wir hier natürlich auch haben, das ist eigentlich so klar, dass man es kaum erwähnen muss, das Motiv Zeitreise und verschwundene Personen, also dass wir Geschichten haben über Menschen, die verschwinden und dann an einem anderen Ort, an einer anderen Zeit womöglich eben wieder auftauchen. Auch das ist natürlich ein Motiv, was wir wahnsinnig häufig finden. Und so dieser Einbruch des Unheimlichen in den Alltag auf diese Art und Weise, dann natürlich auch noch im Zusammenhang mit einer Technik, die für uns einerseits total bequem ist, andererseits natürlich auch in gewisser Weise angstbesetzt ist, wie es ja mit moderner Technik ganz oft der Fall ist. All das bildet natürlich so ein Spannungsfeld, in dem sich diese Geschichte abspielt. Genau, weil man natürlich die Kontrolle abgibt in dem Moment, wenn man in ein Flugzeug steigt und nicht mehr selber steuern kann. Das, was mich übrigens an der Twilight Zone Folge am meisten geschockt hat, war, dass am Anfang, so viel kann ich glaube ich verraten, in der ersten Einstellung der Pilot im Cockpit raucht, während er die Maschine steuert. Aber das war vielleicht damals halt so. In den 60er Jahren. Wahrscheinlich war die ganze Sendung sogar von irgendeiner Zigarettenfirma gesponsort. Das war jetzt zur damaligen Zeit auch nicht ungewöhnlich, wohingegen ja heute tatsächlich im Kinofilm, wer das mal gesehen hat, fällt mir bei der Gelegenheit ein, inzwischen im Abspann erwähnt wird, dass keinerlei Zigarettenwerbung oder Industrie Mittel für diesen Film bereitgestellt hat. Oh, da muss ich mal drauf achten. Also das heißt, wenn da im Hintergrund einer raucht, dann war es Zufall. Dann war es der Antagonist. Es stellt aber die Frage natürlich voraus, was war vorher. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Vielleicht machen wir irgendwann mal Hollywood-Mythen nochmal eine Folge. Ja, also ihr merkt, eine spannende Geschichte, an der eigentlich nicht viel dran ist, an der man aber mal wieder festmachen kann, wie das funktioniert mit urbanen Legenden, wie die sich weiterentwickeln und wie eine Geschichte, die im Prinzip 1985 ja schon abgefrühstückt ist, jetzt mit einem gut gemachten YouTube-Video im Jahr 2019 plötzlich wieder auflebt. und ganz eigenes Leben entwickelt. Man darf sicherlich gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. Denn ich kann mir vorstellen, dass hier wieder ganz viele Blogs von einer abschreiben werden. Ist jetzt schon so. Der eine vom anderen und das wird noch weiter intensiviert werden. Und mal schauen, was es noch für neue Geschichten rund um den Flug 914 von Pan America geben wird. Pan Am. Und ja, damit glaube ich, haben wir diesen interessanten Flug durch die Zeit, der, wir sagen es noch einmal am Ende, einfach nie stattgefunden hat, mal betrachtet. Eine schöne Geschichte. Schaut euch mal die ganzen Quellen an, die wir euch verlinkt haben. Schaut euch die Twilight Zone Folge an. Ja, Alexa, dann müssten wir jetzt nochmal aufklären, was es mit der Dogge und dem Finger auf sich hat. Die Auflösung Die würgende Dogge ist auch wirklich so ein schöner, griffiger Titel für eine moderne Sage. Und genau darum handelt es sich. Wir hatten, glaube ich, schon relativ lange nicht mehr so einen richtig dollen Klassiker der modernen Sagen, der sowohl hierzulande gesammelt ist, als auch in Übersee im angelsächsischen Raum gesammelt wurde. Und dort bekannt ist unter dem Titel The Choking Doberman. Also man sieht schon, es sind auch unterschiedliche Hunderassen mal unter Umständen beteiligt an der ganzen Sache. Das Ganze ist schon aus dem Jahr 1984 gesammelt, belegt bei Brunwand in seinen Sammlungen von Urban Legends. Da eben unter dem Titel The Choking Doberman. Und ja, gibt es natürlich, wie das ganz oft so ist, in ganz unterschiedlichen Variationen. Aber es ist eben so das zentrale Motiv, dass das Auskotzen oder das Entfernen eines menschlichen Fingers aus dem Hals des Hundes mehr oder weniger dazu angetan ist, einen Einbrecher zu überführen. Und ja, diese spannende, moderne Sage, die so ein bisschen grauselig ist, wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Sehr schöne Geschichte. Aber gut, dass sie nicht wahr ist, finde ich irgendwie ganz angenehm, dass wir hier nicht mit echten Fingern zu tun haben. Ja, damit sind wir am Ende der 237. Folge von Hoaxilla Redaktionell, sind wir schon in der 239. Folge übrigens spannenderweise drin. Das heißt, es geht fröhlich weiter und wir haben dann ja auch schon Oktober, das heißt, ein Jahr lang mit einer Auslassung, die uns ärgert, weil was zeitlich nicht geschafft haben, haben wir zwei Folgen im Monat produziert, haben einen Riesenspaß, haben eine Riesenliste an neuen Episoden und Themen, an Gesprächspartnern, an Crossovern, an Leuten, die darauf warten, dass wir mit ihnen Kontakt setzen wegen Termine. Wir kommen zu nichts. Habt noch ein bisschen Geduld, wenn ihr das jetzt hier ganz zeitnah hört, weil wir tatsächlich ein bisschen Urlaub machen und nur so bedingt dann jetzt auch in die Mails reingucken, weil wir einfach mal durchschnaufen müssen. Aber es wird nicht langweilig rund um Hoaxilla und es wird dann auch im Jahr 2020 rund um das zehnjährige Bestehen von Hoaxilla ganz regelmäßig neue Episoden geben. Wer hätte das gedacht? Und wenn ich mal so auf den Tacho schaue, steuern wir dann auch langsam auf die 250. Episode drauf zu. Die ganzen Specials und Extras, die wir gemacht haben, sind da gar nicht reingezählt. Vielleicht sind wir da schon langsam angekommen. Das ist schon auch echt beeindruckend und schön vor allen Dingen für alle oder und so danke und hohe Achtung für all diejenigen, die uns begleitet haben in all den Jahren und was im Moment passiert. Ich weiß gar nicht, warum das der Fall ist, aber es freut uns natürlich sehr, sehr, sehr viele neue Hörer, die auf Hoaxilla aufmerksam werden, die uns schreiben, dass sie jetzt gerade anfangen, das nachzuhören, dass sie total happy sind, dass sie so viele Folgen noch vor sich haben. Das ist auch echt interessant und spannend und toll und freut uns natürlich. Und da habt ihr natürlich Glück, dass ihr sehr, sehr, sehr viele Folgen noch hören könnt. In unterschiedlichen Tonqualitäten. Mit unterschiedlichen Musiken und an unterschiedlichen Orten, genau. Ja, also insofern, es freut uns, es macht Spaß. Wir sind weiterhin mit Feuereifer dabei und auch Themen haben wir genug. Und ihr sorgt tatsächlich dafür, durch ganz regelmäßige E-Mails, dass uns die Themen auch nicht ausgehen. In diesem Sinne euch alles Gute. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Euch eine gute Zeit und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoaxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.